Harte Entscheidungen muss es geben, die hat es diesmal gegen drei, vier Spiele gegeben und sonst werden wir unsere Ziele nicht erreichen und Thomas hat es jetzt eben getroffen, weil Thomas im Spiel nicht getroffen hat, deswegen hat es ihn dann bei der Entscheidung getroffen, aber nächstes Mal trifft er wieder und dann trifft es ihn auch wieder, wenn er eben nicht spielt, weil es ihn dann halt getroffen hat und das trifft mich ja auch.